Die goldenen Schuhe Gelesen von Andreas Mothesius Eine Produktion von Zücks Hörbuch Es war einmal ein alter Spielmann, der auf seiner Geige spielte und dazu sank. Kreuz und quer zog er durch die Welt und brachte sich recht und schlecht durchs Leben. Eines Morgens kam er so zu einer Kapelle. Er ging hinein, setzte die Geige ans Kinn und begann, zu Gottes Ehre, ein frommes Lied zu spielen und auch dazu zu singen. Während er so musizierte, fiel plötzlich vom Marienaltar ein goldener Schuh herunter und dem Spielmann gerade vor die Füße. Der Alte bückte sich und hob das seltsame Almosen auf. Weil es in der Kapelle dunkel war und der Spielmann nicht mehr so gute Augen hatte, hielt er das Gold für gelbe Farbe und sagte, »Ist die Gabe noch so klein, muss man doch zufrieden sein.« Er steckte zufrieden den Schuh ein und verließ die Kapelle. Eine Stunde darauf kam er an einem Bauernhaus vorbei. Der Alte spielte ein paar Lieder auf der Geige und sang dazu, wie er es vor jedem anderen Bauernhaus auch tat, und er bekam dafür ein kleines Geldstück, wie es auch sonst üblich war. Bevor er jedoch weiterzog, zeigte der Spielmann dem Bauern den goldenen Schuh und fragte, »Willst du mir für dieses Pantöffelchen aus Holz nicht auch noch eine Kleinigkeit geben?« Der Bauer drehte den Schuh eine Weile hin und her, schüttelte den Kopf und sah ungläubig vom Spielmann zu dem goldenen Schuh hin. »So ein wertvolles Ding«, dachte er dabei, »der Alte muss den Schuh gestohlen haben.« Laut aber sagte er, »Ich habe leider keine Verwendung dafür. Versuch doch dein Glück bei einem Schuster.« Im nächsten Dorf ging der Alte also zu einem Schuster und bot diesem den kleinen goldenen Schuh an. Auch dem Schuster kam die Sache nicht geheuer vor, und er sagte, »Ich kann nur Schuhe aus Leder verwenden. Versuche doch dein Glück beim Goldschmied.« Eine Weile später betrat der Spielmann dessen Laden und zeigte den Schuh her. Der Goldschmied betrachtete ihn von allen Seiten, legte ihn auch auf die Goldwaage und sagte schließlich, »Ich kaufe dir den Schuh ab. Warte nur einen Moment hier auf mich. Ich muss erst das nötige Geld beschaffen lassen.« In Wirklichkeit schickte der Goldschmied seinen Lehrbuben nach dem Gendarmen, der den Verdächtigen festnehmen und verhören sollte. Es dauerte kaum fünf Minuten, da waren gleich mehrere Ordnungshüter zur Stelle. Einer von ihnen forderte den Spielmann grob auf, »Sag uns sofort, wo du das wertvolle Stück gestohlen hast!« »Der Herrgott im Himmel weiß«, beteuerte erschrocken der Alte, »dass ich den Schuh nicht geraubt habe.« Und dann erzählte er, wie er in die Kapelle gekommen sei, gespielt habe und wie plötzlich der Schuh vor ihm gelegen hatte. »Und das sollen wir dir glauben?« riefen die Gendarmen. »Du bist ein Dieb und wir nehmen dich mit!« Der alte Spielmann wusste, was das zu bedeuten hatte und was ihm jetzt bevorstand. Wie aber sollte er seine Unschuld beweisen? Zeugen hatte er ja keine. Schon wollten ihn die Gendarmen ergreifen und ins Gefängnis führen. Da kam dem Spielmann ein rettender Gedanke. »Lasst mich doch noch einmal in der Kapelle spielen. Vielleicht wird sich dann meine Unschuld erweisen.« Die Gendarmen lachten über diesen seltsamen Wunsch. Mehr zum eigenen Vergnügen als zur Findung der Wahrheit erfüllten sie die Bitte und führten den Alten in die Kapelle. Dort begann er genauso innig und andächtig zu spielen und zu singen wie das erste Mal. Ja, er spielte noch viel schöner, denn er erflehte ja mit seiner Musik die Rettung vor der falschen Beschuldigung. Und wirklich, kaum hatte er die Geige wieder abgesetzt, da geschah tatsächlich das Wunder. Vor den Augen der Wächter fiel auch der zweite goldene Schuh dem Spielmann vor die Füße. Jetzt erkannten die Gendarmen, dass der Spielmann die Wahrheit gesprochen hatte und dass die beiden goldenen Schuhe der himmlische Lohn für sein frommes Spiel gewesen waren. Sie entschuldigten sich bei dem alten Mann und ließen ihn wieder seines Weges ziehen. Der Alte aber ging zum Goldschmied zurück, verkaufte die goldenen Schuhe und erhielt so viel Geld dafür, dass er sein Leben lang nicht mehr betteln musste, sondern nur noch zu seinem Vergnügen und zur Ehre Gottes spielen konnte. Und damit wurde seine Musik noch viel schöner. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!